Hallo zusammen, wie man wahrscheinlich nicht nur im Schwabenland sagt, Mahlzeit würde ich schon fast sagen, zu unserem zweiten Vortrag heute. Mein Name ist Marc Züfle, ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Haptic GmbH. Neben mir steht der Inhaber und Geschäftsführer und unser Oberhaupt und überhaupt, der Herr Sigi Kipke, der natürlich auch sprechen kann. Herzlich willkommen von mir und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ich darf Sie hier begrüßen bei jedem Vortrag und das Ganze etwas anmoderieren, einfach um auch die wichtigen Informationen noch zu transportieren. Es geht eigentlich vielmehr darum, wie können Sie uns zuhören, wie können Sie uns erreichen und wie können Sie interaktiv an unseren Chats und an unseren Videocalls oder Videos letztendlich teilnehmen. Sie dürfen sich auch aktiv beteiligen, indem Sie Fragen stellen, zu jeder Zeit im Chat hier bei Zoom oder auch auf YouTube. Wie kommen Sie überhaupt auf die Links, damit Sie sich da ein bisschen zurechtfinden? Wir haben einmal die Möglichkeit, über die sitecity.net uns im Ausstellerverzeichnis zu finden unter Haptic und die zweite Möglichkeit wäre direkt im Vortragsprogramm. Um 12 Uhr haben wir unseren Vortrag. Auch da ist alles verlinkt. Die weitere Möglichkeit ist es, über unsere eigene Homepage zu kommen, die Haptic.de oder über die sitecity.haptic.de. Hier können Sie an jedem Messetag den beliebigen Stream dann tatsächlich auch erreichen. Ja, jetzt freuen wir uns ganz besonders auf eine Gastrednerin und die wird uns einen kurzen Einblick geben in den doch etwas herausfordernden Alltag eines Taubblinden. Und ich freue mich wirklich, liebe Frau Böttcher, dass Sie sich die Zeit nehmen. Oftmals müssen sich die Betroffenen ja tatsächlich in der Welt zurechtfinden, die eben den Ansprüchen an die Taubblindheit nicht gerecht werden. Und da möchten wir als Haptic unseren Beitrag leisten und arbeiten da auch wirklich täglich daran, auch in diesem Bereich Lösungen anzubieten und Tag für Tag auch besser zu werden in dem Bereich. Und eine dieser Lösungen wird unser Herr Kipke mit Sicherheit jetzt gleich mit der Frau Böttcher zusammen diskutieren, vorstellen und wir sind gespannt auf den Vortrag. Viel Spaß bei digitale Inklusion für taubblinde Menschen mit Marion Böttcher, die jetzt gleich zugeschalten wird und Sigi Kipke. Ja, vielen Dank, Marc. So, erstmal ist es mir eine große Freude, die Frau Böttcher begrüßen zu dürfen und Sie als Experte auch für Inklusion für Taubblinde begrüßen zu dürfen. Vielleicht darf ich da vorausschicken, ich kenne Sie auch von der Rechtsberatungsstelle RBM, aber wir haben uns auch schon auf Konferenzen für Taubblinde getroffen. Vielleicht können Sie da einfach uns sagen, wie Sie mit dem Bereich in Kontakt haben und wie Sie letztendlich jetzt auch eine der sehr anerkannten Expertinnen in diesem Bereich geworden sind. Ja, also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Marion Böttcher. Ich bin Juristin. Wie Herr Kipke schon sagte, arbeite ich momentan für die Rechtsberatung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes und bin aber auch Mutter zweier Söhne, einer gesund und der andere inzwischen taubblind. Ja, also mein Sohn ist gesund angeblich, also gesund geboren und ist mit zwei Jahren erblindet, hat mit sieben Jahren dann Hörgeräte bekommen und wir mussten uns da wirklich stückchenweise an die Problematik herantasten. Natürlich haben wir zunächst gedacht, wir müssen uns nur mit den blinden Techniken auskennen, haben, um uns reinzufinden, auch Kontakt zur Selbsthilfe aufgenommen. Damals die Bundesvereinigung Eltern, Blinder und Sehbehinderter Kinder, die ich dann ja auch neun Jahre lang geleitet habe und als Tim dann, also es klar war, dass es Richtung Taubblindheit geht, haben wir uns natürlich auch versucht, Hilfe wieder von Experten einzuholen, unter anderem und da haben wir uns ja kennengelernt bei der Deutschen Gesellschaft für Taubblindheit in Essen, die ja immer wieder Vorträge auch gehalten hat und wo man auch als Angehöriger ja sich Informationen einholen konnte erst mal. Vielen Dank. Kommunikation ist ja eine große Herausforderung für Taubblinde. Ich habe von den Konferenzen in Erinnerung, in etwa 9000 Menschen sind von Taubblindheit in Deutschland betroffen, so ungefähr. Und das ist hier auch zwei Gruppen, Menschen, die eine Taub waren, also gehörlos und dann noch eine Sehbehinderung entwickelt haben oder eben wie in Ihrem Fall von Ihrem Sohn, dass man zunächst eine Sehbehinderung und dann über die Jahre noch eine Hörbehinderung entwickelt hat. Da gibt es ein besonderes Spannungsfeld auch für die Kommunikation. Das ist richtig, weil also mein Sohn zum Beispiel kommt ja, wie gesagt, von der Blindheit. Das heißt, er ist sehr guter Breilanwender, hat aber immer lautsprachlich kommuniziert, weil er ja am Anfang noch hören konnte, hat also die Sprache ganz normal erlernt. Dagegen gibt es halt sehr häufig Taubblinde Menschen, die erst gehörlos sind und dann im Laufe der Zeit erblinden. Bei denen ist es ja so, dass sie mit Gebärdensprache kommunizieren. Das heißt, für meinen Sohn oder für Taubblinde insgesamt ist halt die Problematik auch noch in der Kommunikation da, dass sie zwei völlig unterschiedliche Kommunikationsformen per se haben, also in ihrer Behinderung. Und dann kommt natürlich noch das Kommunikationshindernis mit all den Menschen dazu, die weder eine Hörbehinderung noch eine Sehbehinderung haben. Ja, ja. Über die Jahre hat sich sicherlich das Spektrum der Hilfsmittel verändert. Vielleicht können Sie da auch ein kleines bisschen drauf eingehen, wie Hilfsmittel Ihnen in der Entwicklung auch und auch Ihrem Sohn in der Entwicklung geholfen haben. Also zunächst hat ja Tim noch gehört, das heißt, wir hatten nur blindenspezifische Hilfsmittel wie eine Blindenschreibmaschine, eine Breitzeile und dieses ganze Equipment wie JAWS, um dann einen Computer anzuschließen. Also Tim hat ja ganz normal erst mal die Blindenschrift gelernt und hat mit uns akustisch kommuniziert. Ja, und im Laufe der Zeit wurde es halt immer schwieriger, mit ihm auch sprachlich zu kommunizieren. Und da haben wir natürlich unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Zunächst fing das mit den normalen Dingen an, die man eigentlich aus der Hörakustik kennt, also eine FM-Anlage, wo jemand es direkt am Körper trägt und das übers Mikrofon mit Bluetooth-Technologie aufs Hörgerät übertragen wird. Das war irgendwann aber nicht mehr möglich oder nur noch ganz schlecht. Dann wurde es also verschriftlicht. In der Schule hat er dann Schriftdolmetscher bekommen, die ihm alles verschriftlicht haben. Und zu Hause haben wir angefangen, ja, zu lormen. Also das war eine Sache, die habe ich mir ergoogelt. Und witzigerweise, als wir damals die Sonderpädagogin für Hörgeschädigte angesprochen haben, wusste die da gar nicht, was lormen ist. Also das ist halt wirklich eine Kommunikationsform, die scheinbar auch bei den Hörgeschädigten nicht unbedingt bekannt ist. Ja, das lormen habe ich mir dann selber oder uns haben selber beigebracht. Und wir haben angefangen über einen Computer, also indem man eine Bluetooth-Tastatur an den Computer angeschlossen hat und ihm das geschrieben hat und er es dann auf der Breitzeile lesen konnte. Ein großer Schritt war natürlich irgendwann, als die Smartphones auf den Markt kamen, weil mit den Smartphones auch relativ zügig dann so Sachen wie SMF, WhatsApp, Signal und wie die ganzen Sachen heißen. Und es ist also wirklich so, dass wir teilweise den Tim eine WhatsApp nach oben in sein Zimmer geschrieben haben, so nach dem Motto, Essen ist fertig, damit er dann runterkommen konnte. Ja, also das sind halt so die Sachen, die man so im Haus intern nutzen konnte. Ja, genau. Das heißt, so ein Smartphone ist ein ganz wichtiges Portal zur Welt, auch für Ihren Sohn. Ja, das Smartphone beziehungsweise iPad haben wir teilweise auch benutzt gehabt. Problematisch war eine ganze Zeit lang das Bluetooth-Protokoll von Apple. Also da hatten wir manchmal Schwierigkeiten, wenn er sowohl die Breitzeile als auch eine zusätzliche Tastatur gekoppelt hat. Das hat häufig nicht funktioniert, hat zu Stress geführt. Also das war dann schon sehr, sehr aufreibend teilweise. Das hatte dann auch mit diesem Voice-Over zu tun. Immer wieder bei jedem Update gab es irgendwelche neuen Probleme. Und dann kam natürlich hinzu, dass man das wirklich nur im Freundeskreis machen kann, weil wer möchte schon sein Smartphone, auf dem im Prinzip, also für die Jugend jedenfalls, das ganze Leben drauf ist. Ja, also wer möchte schon gerne sein Smartphone irgendjemandem in die Hand drücken und sagen, hier kannst du mal damit schreiben? Also das war schwierig. Das heißt, wir haben viel mit diesen zusätzlichen Tastaturen versucht und das ist uns nicht immer gelungen, muss man sagen. Dann hat der Tim allerdings eine Ausbildung angefangen, beziehungsweise sein duales Studium. Und in dem Zusammenhang haben wir ein Kommunikationsmittel bekommen, wo die Breitzeile schon drin war und man praktisch nur noch in Anführungsstrichen die Tastatur anbinden muss. Allerdings haben wir auch da immer wieder das Problem, das ist ein amerikanisches System. Man muss jedes Mal die Sprache wieder umstellen. Er muss jedes Mal, wenn er das Ding ausgemacht hat, wieder Voice-Over an, Voice-Over aus. Also die Kopplung ist relativ kompliziert, aber wir sind glücklich, dass wir das haben, weil damit kann man eigentlich mit ihm schriftlich kommunizieren, während wir auf der Couch sitzen, sagen wir mal so. Sind Sie jetzt denn auch den Schritt Richtung Gebärdensprache gegangen? Ja, also wir haben mit der Gebärdensprache angefangen. Allerdings auch da hatten wir wieder das Problem, dass wir nicht frühzeitig darüber aufgeklärt worden sind, dass es die geführte Gebärdensprache gibt. Das heißt, ich bin erst mal davon ausgegangen, Gebärdensprache für Blinde geht gar nicht. Deswegen haben wir das erst so vor vier Jahren angefangen. Und ich meine, die Gebärdensprache ist halt wie eine Fremdsprache. Und also ich lerne sie nicht mehr ganz so flott, das muss ich einfach zugeben. Aber wir nutzen sie in bestimmten Situationen, weil mit den Gebärden kann man manche Sachen sehr schnell darstellen, ohne dass ich einen ganzen Satz schreiben muss. Vielleicht können Sie auf den Begriff geführte Gebärdensprache kurz eingehen, wie das funktioniert. Ich gebe meinem Sohn sozusagen die Hände mit den Handflächen zu ihm. Er legt seine Hände auf meine, auf meine Hände drauf. Und wenn ich die Gebärde ausführe, dann nimmt er diese Bewegung wahr. Das Problem bei der geführten Gebärdensprache ist allerdings, dass man sehr, also auch dort einen Kommunikationsverlust hat. Weil, also ich habe mir sagen lassen, ich bin ja kein Experte, aber ich habe mir sagen lassen, dass nur 30 Prozent Gebärde ausmacht bei der Sprache und 70 Prozent über den Raum, wo ich die Gebärde ausführe. Die Mundmimik, die Augenbrauen, also ob ich die hochsetze oder grimmig krucke oder sonst was. Also das zeigt an, ob es eine Frage ist oder sowas. Und das geht dem Tim natürlich verloren, dadurch, dass er im Prinzip nur die Gebärde mitkriegt. Und dann haben halt viele Begriffe auch noch ein und denselben, also ein und dieselbe Gebärde und unterscheiden sich im Prinzip nur, indem der Gebärdende mitspricht, also eine Mimik macht. Und das kann ja Tim gar nicht erkennen. Also die geführte Gebärdensprache ist nur für ganz simple Sachen für ihn, also bei ihm geeignet. Verstehe. Sie haben es vorher angesprochen, dass das Smartphone eine wichtige Kommunikationshilfe ist, aber dadurch, dass das halbe Leben auf dem Smartphone stattfindet, sehr, sehr ungern einem Dritten überreicht. Das kann ich sehr gut verstehen. Das war unsere Motivation, hier eine Lösung zu finden, wo man über eine günstige Plattform, und da nutzen wir halt ein Android-Smartphone, hier eine zusätzliche Einheit hat, die man rein als Kommunikationsportal nutzen kann und sein geheiligtes iPhone noch in der Tasche haben kann. Das war so die Motivation und das würde ich gerne ein bisschen näher erläutern. Sie haben schon von dieser Tabli-Möglichkeit gehört? Ja, ich hatte ja die Möglichkeit, mir die mal anzuschauen, also die mal zu testen, weil ich gesagt habe, also wenn ich jetzt schon bei der Veranstaltung teilnehme, dann möchte ich aber auch gerne mal wissen, was es da gibt. Ich finde es sehr interessant, aber da sage ich vielleicht später nochmal was zu, wenn Sie sie vorgestellt haben, weil Sie können das sicherlich viel besser als ich. Gerne. Also die Idee ist, dass ich entweder ein Tablet oder wahrscheinlich portabler halt einfach ein Android-Smartphone nutze. Ich habe jetzt das Kamerabild von oben und was man jetzt sieht, ist so eine typische mobile Braille-Zeile, die Active Braille in dem Fall, die halt per Bluetooth über an diesen Smart-Device gekoppelt ist. In dem Fall ein Android-Tablet kann man einfach mit der Kamera besser lesen. Typischerweise hätte man halt dann ein Smartphone für die Kommunikation. Und was man jetzt hier schon sieht, ist, dass also eine Information, die auf dem Tablet erscheint, die jetzt auch in Braille auf der Braille-Zeile dargestellt wird. Zusätzlich, und das hat man vielleicht als sehender Beobachter schon erkannt, wird die Leseposition auf der Braille-Zeile erkannt und als invertierte Position auf der Braille-Zeile auch dargestellt. Um so nicht nur zu wissen, was auf der Braille-Zeile ist, sondern auch noch, was spezifisch gerade im Moment gelesen wird. Dieser Grundgedanke haben wir genutzt, um zu sagen, ja, lasst uns kommunizieren, indem wir in dem Editor-Bereich, hier ich Datei, öffne ich eine neue Datei und kann jetzt als Taubblinder hier ein freundliches Hallo tippeln. Dann kann ich sagen, ich bin Tim oder kann vielleicht auch über eine Kurztaste so einen String ausgeben als Begrüßung für die Einführung. Aha, ich habe jetzt dieses Smartphone, um mit Tim, meinem Gesprächspartner, jetzt zu kommunizieren. Das ist die Grundidee. Um das zu können, gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, eine Bluetooth-Tastatur mit diesem Smart-Device noch zu koppeln. Das war ein Hinweis von Ihnen, dass das ein interessanter Aspekt ist, den Sie auch schon im Vorgespräch erwähnt haben. Tatsächlich haben wir die letzten Tage hier diese Bedienung mit der Bluetooth-Tastatur noch optimiert. Das war, da gab es Verbindungsherausforderungen. Ja, aber gut, so ist das Leben. Sie bringen uns auf neue Ideen, wir testen das und prompt geht irgendwas nicht. Und was machen wir? Wir fixen es. Das ist, ich meine, hundertmal aufstehen. Und insofern, oder ganz typischerweise, mittlerweile gibt es jetzt Android-12-Tablets. Schon wieder alles ganz anders. Und natürlich müssen wir die Software sofort anpassen. Und man findet sie dann auf dem Start-Stick für alle unsere Kunden kostenlos, so, dass man dann direkt wieder die nächste Generation der Smartphones oder der Tablets nutzen kann. Okay, also was ich jetzt gemacht habe, ich habe einmal draufgetippelt auf das Tablet. Dann poppt da so eine On-Screen-Keyboard. Mein Gott, Deutsch. Virtuelle Tastatur. Und dann kann ich sagen, irgendwas, es freut mich oder, was weiß ich, dich zu treffen. Ja, gut, geht schon los. Ich habe hier noch einen Tippfehler-Keuchel. Es gibt noch mehr. Freud schreibt mir immer noch mit F. Als Legastheniker bin ich berühmt für meine Rechtschreibfehler. Insofern verzeihen Sie es mir. Zumindest, was ich jetzt konnte, ist, zeitgleich mit der Eingabe auf der Prallzeile kann ich jetzt also hier diesen Text durchlesen und dann unmittelbar kommunizieren. Da haben Sie einen wichtigen Hinweis gegeben, bitte, bitte jetzt nicht Enter drücken, weil dann ist die Information weg aus dieser Prallzeile und ich muss dann hochscrollen. Und das ist immer dann mühsam während der Kommunikation. Das ist ein Tipp, den wir uns jetzt beherzigen, wo wir vielleicht dann auch eine bessere technische Lösung finden. Okay, ich habe hoffentlich die Idee vermitteln können. Ein billiges Smartphone, Anwendung drauf, wird zur Anzeigeeinheit und kann damit kommunizieren. Mit relativ wenig Risiko, weil so ein günstiges Android-Smartphone, da reden wir von 80 Euro oder so. Also das darf auch mal, naja, hoffentlich nicht verschwinden, aber es ist nicht das halbe Leben drauf. Da braucht keine SIM-Karte drauf, braucht keinen Vertrag, Handyvertrag für das Ding. Das ist nur eine Anzeigeinheit. Frau Böttcher, was halten Sie vor dem Ansatz? Ja, ich habe mir das Ding ja inzwischen angeguckt. Schade war ein bisschen, dass ausgerechnet dieses Wochenende mein Sohn nicht da war. Aber ich meine, ich kommuniziere ja schon so lange mit diesen technischen Hilfsmitteln, dass mir ein paar Sachen halt aufgefallen sind. Ein paar Sachen hatten wir ja besprochen, wo ich gesagt habe, da hat es bei uns ein bisschen gehakt. Schön, dass sie das direkt aufgenommen haben, um diese Bluetooth-Anbindung der Dritt-Tastatur oder wie Zweit-Tastatur, ich weiß jetzt nicht, zu optimieren. Weil das war wirklich, also für Tim ist das immer ein grausamer Punkt, wenn er alles aufbaut und dann feststellt, ich kriege das Ding nicht gekoppelt. Also das haben wir ganz häufig bei dem Gerät, was wir vorher haben. Und wir, das fand ich so schön, dass sie das jetzt mit Hallo, damit der Gegenüber sieht, ich bin da. Also wir, bei uns heißt es immer ZZZ, weil wenn dann auch wirklich ZZZ angezeigt wird, dann hat das Gerät endlich mal wieder die Quertz-Tastatur erkannt und nicht wieder die amerikanische. Also das ist bei uns wirklich ein Albtraum. Deswegen bei uns fängt jedes Gespräch mit ZZZ an. Ja, daran sehen Sie schon, dass die Lösung, die Tim hat, auch nicht so ganz das Wahre ist. Also was ich hier auch ganz spannend fand, war, das sieht man jetzt bei Ihrer vorgestellten Tastatur jetzt gerade nicht. Es gab auch so Wortvorschläge. Also Sie haben eine Einstellung, wo man dann auch so Wortvorschläge bekommt, sodass derjenige, der auf der Tastatur schreibt, im Prinzip auch sagen kann, also ich gebe ein Glück und dann kriegt er Glückwunsch und kann darauf drücken und dann wird das auf der Breitzeile unmittelbar als Glückwunsch angezeigt. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil das die Kommunikation noch beschleunigen kann. Also das hatte ich festgestellt, was ich ganz gut fand, war, dass wenn die Zeile sozusagen voll ist und auf die nächste Zeile umschlägt, dass dann nochmal das letzte Wort oder das vorletzte Wort also dann nochmal angezeigt wird. Das sieht man bei Ihnen jetzt nicht, weil Sie die Zeile nicht vollgeschrieben haben. Also wenn Sie jetzt geschrieben haben, hallo, es freut mich, dich zu treffen und wir können ja darüber morgen nochmal sprechen, dann hätte er dann zu treffen und wir können, wahrscheinlich können, auf die nächste Zeile gesetzt und hätte aber wir noch mit rübergenommen. Also ich kann mir vorstellen, dass das ganz praktisch ist. Ob das mein Sohn auch so sehen würde oder ein anderer Taubblinder, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, ja, weil manchmal ist das so, wenn die nächste Zeile dran ist, dann ist derjenige vielleicht noch gar nicht fertig gewesen. Also in dem Moment, wo man schreibt. Von daher, das fand ich ganz gut. Es gibt ja noch eine Sache, die ich mir wünschen würde. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir auch wünschen, dass es eine Spracheingabemöglichkeit gibt. Ich weiß, wir hatten das getestet. Die ist irgendwo auch vorhanden, aber sie war halt noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich kann mir vorstellen, dass es die Kommunikation nochmal erleichtern würde, wenn mein Gegenüber nicht tippen muss, sondern mir das ansagt, was er mir sagen möchte. Vor allen Dingen, wenn ich nur so eine Kurzkommunikation habe. Also ich gehe zum Bäcker, so stelle ich mir das vor und dann halte ich der Bäckerin das Teil hin, wenn ich denn selber sprechen kann und sage, ich hätte gerne drei Brötchen, was kostet das? Und dann braucht die da nur reinsprechen. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Tim ist ja also nicht hörend, sondern er ist sprechend. Das heißt, er kann mit demjenigen kommunizieren, ohne dass er tippt. Also so kommunizieren wir auch. Also Tim tippt uns nicht seine Antwort, sondern er sagt sie einfach. Aber es gibt ja viele taubblinde Menschen, die nicht lautsprachlich aufgewachsen sind und dementsprechend auch nicht Lautsprache gut verständlich entwickelt haben. Also es gibt ja Taube, die können sehr wohl sprechen, aber manchmal ist das so verwaschen, dass das halt nur die Familie oder Menschen, die mit denjenigen viel zu tun haben, erkennen kann. Bei Tim ist es anders. Von daher braucht er manche Funktionen eher nicht. Sie hatten ja angesprochen, eventuell das Geschriebene in zwei verschiedenen Farben, je nachdem, wer es eingegeben hat, zu machen. Also für Tim wäre das nicht notwendig, weil er nicht tippt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für andere Menschen, auch wenn es eine längere Kommunikation ist, vielleicht ganz hilfreich sein kann. Was ich auch ganz gut fand, war, dass man sehen konnte, wo der taubblinde Mensch im Prinzip gerade ist. Weil dann kann ich gegebenenfalls, während ich schreibe, auch mein Tempo entsprechend anpassen und sagen, okay, er braucht ein bisschen länger, um den Text zu erfassen. Dann muss ich jetzt nicht drei Sätze weiterreden, sondern dann mache ich jetzt erst mal eine Pause, warte ab. Vielleicht will er ja sogar eine Reaktion auf den Satz geben. Also das fand ich sehr interessant für mich jetzt. Also ja, genau. Ihre Anregungen stoßen hier auf offene Ohren. Und wir sind wirklich hoch motiviert, die Nutzung für Taubblinde hier noch zu verbessern, zu optimieren. Und der Hinweis mit der Spracheingabe, der ist für uns wirklich wichtig, weil ich denke, das ist auch ein echter Leben. Ich bin irgendwo auf dem Bahnsteig, möchte irgendwas wissen, drück jetzt diese Spracheingabe, halt es hin. Und hoffentlich mit einer Guterkennung kann zumindest den einen oder anderen Informationsbrocken direkt auf der Prallzelle mitlesen. Genau. Also das stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, dass das ganz interessant wäre. Ich kann ein kurzes Beispiel sagen. Mein Sohn war am Wochenende in Belgien, musste umsteigen und irgendwie ist alles schiefgelaufen. Er konnte sich nicht verständigen. Und da habe ich dann auch gedacht, also er sagte, ich habe ihn dann gefragt, in welchem Zugabteil, also ich habe ihn abgeholt, habe ihn dann angeschrieben, habe gesagt, in welchem Zugabteil bist du denn? Da hat er gesagt, weiß ich nicht. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn er dann jemanden angesprochen hätte und gesagt hat, können Sie mir mal gerade sagen, welches Abteil ich bin? Dann hätte er das ja, also das sind ja so einfache Sachen, dann hätte er auf jeden Fall den Luxus gehabt, dass ich schon an der richtigen Tür gestanden hätte. So musste ich dann erst mal. Es ist natürlich immer so. Wenn man glaubt, derjenige sitzt vorne, sitzt er natürlich ganz hinten. Und gerade als taubblinder Mensch auf dem Bahnhof ist das dann auch nicht ganz so optimal, wenn man nicht an der richtigen Stelle abgeholt wird und auch nicht weiß, kommt jetzt jemand oder kommt niemand. Und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das noch eine ganz nützliche Sache ist, zumal, also mein Sohn zum Beispiel, wenn er unterwegs ist, hat sowieso immer eine Breilzeile um den Hals hängen, für den Fall, dass er irgendwas mit seinem Handy anfangen muss, sei es GPS oder eine Mail oder eine WhatsApp oder was auch immer. Da wäre natürlich jetzt die Spracheingabe direkt umgesetzt im Breil eine große Kommunikationserleichterung. Absolut. Also zumindestens für meinen Sohn. Ich kann ja nicht für alle taubblinde Menschen sprechen, weil jeder hat einen anderen Bedarf. Aber das ist so ein Bedarf, den wir absolut noch ungedeckt haben. Das muss man einfach sagen. Das nehmen wir uns als Anregung ganz intensiv auf und wollen Ihnen da hoffentlich schnell eine interessante Erweiterung dann präsentieren können. Das ist mir ein persönliches Anliegen und da würde ich mich gerne auch mal mit Ihnen und Tim persönlich treffen und dann mal ein Gespräch mit Tim führen zu können. Ja, also er kommt dieses Wochenende und dann wollen wir das auch mal intensiv testen und dann gebe ich Ihnen bestimmt noch das ein oder andere. Dann gibt es einen Katalog von Anregungen und ich freue mich drauf. Genau. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, also vielleicht der ein oder andere Zuhörer heute hat vielleicht ganz andere Bedarfe und denkt sich, oh ja, das oder das wäre für mich ganz sinnvoll. Also da möchte ich jetzt nicht eine Vorreiterrolle einnehmen, sondern für mich ist es einfach immer wichtig, möglichst für alle anderen auch eine Lösung zu finden. Also nicht nur für meinen Sohn. Da die Anregung, bitte hier würden wir uns wahnsinnig freuen über Mails at Hilfe at helptech.de. Das ist auch der Support, aber hier sammeln wir auch gerne Ideen und ich verspreche es Ihnen, dass wir Ideen wertschätzen und versuchen, wie wir diese Ideen in technische Lösungen umsetzen können. Das Versprechen kann ich hier schon mal abgeben. Das ist ja auch die Quelle der Innovation. Man hat ein neues Bedürfnis, man hat eine neue Aufgabe, neue Herausforderungen, die neue Innovationen stimulieren. So, ich sehe, dass uns die Zeit jetzt so langsam ausläuft. Wir sind jetzt schon kurz nach halb. Ich soll nicht versäumen, da haben meine Kollegen sehr ans Herz gelegt, auch die Möglichkeit zu nutzen, direkt mit unseren Zuschauern in Kontakt zu kommen. Und hier habe ich auch schon eine Frage, also hier wird gefragt, ist Tabli nur eine Software oder ein spezielles konfiguriertes Smartphone. Also, diese Softwarekomponente Tabli können Sie von uns kostenlos haben und auf einem Android-Smartphone installieren. Als Service bieten wir aber diese komplette Einheit schon als komplett konfiguriert und installiert gerne auch an. Also, insofern gibt es auch, wenn Sie zu unseren Beratungszentren gehen, werden Sie dort das Tabli als komplette Einheit, eben als Kombination eines Android-Smartphones mit der installierten Tabli-App direkt erwerben können. Also, wir wollen das einfach als Service und da ist dann auch keine, wie gesagt, SIM-Karte oder Handyvertrag notwendig. Das ist nun dann eine Anzeigeeinheit, die man dann sehr praktisch mit der mobilen Preilzeile von uns eben per Bluetooth dann nutzen kann. Frau Böttcher, ich möchte mich sehr, sehr herzlich für Ihre Ausführungen bedanken. Sie haben uns wirklich einen tiefen Einblick jetzt in die Welt der Taubblinden und der Herausforderungen für die Hilfsmittelbereich für alle unsere Wettbewerber im Markt gegeben. Also, hier stehen wir im guten Wettbewerb um das Ringen der besseren Lösungen und noch Verbesserung der Zugänglichkeit. Es geht ja immer darum, Kommunikationskanäle aufzumachen und neue Kommunikationsmöglichkeiten und damit Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Frau Böttcher, ich lasse Ihnen noch das Schlusswort und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Mir das Schlusswort. Oh ja, also vielen Dank erst mal, dass ich zum einen das Tabli mal ausprobieren konnte, damit ich nochmal eine neue Kommunikationsform wirklich kennengelernt habe. Vielen Dank auch, dass Sie als Help-Tech, also ich weiß, wovon ich spreche, es gibt nicht viele Firmen, die sich wirklich dieser ganz kleinen Gruppe von Taubblinden annehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil, das hatte ich Ihnen ja auch schon gesagt, es wird immer mehr auf Audio gesetzt. Für die Blinden ist das super. Die Taubblinden bleiben damit außen vor in ganz vielen Bereichen. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass die Zuhörer so einen kleinen Eindruck erhalten haben und ja, wünsche noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Kleine Anmerkung noch, dass wir die bereits in der Entwicklung unserer Produkte auch Taubblinde Kunden im Auge haben. Es zeigt sich auch, dass wir Vibrationsgeber in die Geräte jetzt einbauen, um hier auch Vibrationssignale zusätzlich oder statt Audiosignale ausgeben können. Frau Böttcher, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, dass ich Ihnen einige der Wünsche und auch von Tim die Verbesserungswünsche und Erweiterungen bald auch live mal präsentieren kann. Sehr gerne, freue ich mich drauf. Vielen Dank. Vielen Dank.